So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ein bisschen was anderes. Wir spielen Überblick, wie man wahrscheinlich schon sehen kann. Einfach weil es heute noch neue Skins gibt, beziehungsweise Event-Exclusive-Skins, die ich mir gerne holen würde und ich, wie man hier oben sieht, Level 100 bin und nur noch ein Spiel vor Level 1 stehe, also vor meiner Beförderung. Und ich dachte, das nehme ich einfach mal auf, kriegt man auch relativ schnell wieder Loot-Kisten und in denen können halt entweder Augenkrebs-Skins drin sein, wie der hier. Aber der, ähm, den ich suche, ist der Skin für Genji und der sieht einfach richtig nice aus. Thema sind halt Sommerspiele, deswegen Rot und Weiß. So, dann würde ich sagen, hauen wir uns doch auch in ein Spiel rein und, äh, ich kann das Menü gar nicht anschauen, aber egal. Vielleicht schaue ich währenddessen mal an ein paar anderen Skins vorbei. Ich glaube, die gibt es noch einen, der ganz okay ist. Der einfach die Farben hat. Wow, schauen wir mal. Ich muss die Runde nehmen. Ich kann keine guten Runden nehmen. Einfach aus dem Grund, dass ich nur noch ein Spiel brauche für meinen Aufstieg und, ja. Dann schauen wir mal, wie es läuft. Ich hoffe, das Spiel ist von der Lautstärke her okay, weil ich davor noch nicht Overwatch aufgenommen habe. Das ist ja, ich habe keine Ahnung. Ja, wir spielen einfach mal den guten Genji. Hurra, wir haben Level 23 und 37 Leute. Das heißt, ich bin, zurzeit bin ich immer der höchste vom Level her, weil ich glaube, man wird erst, nee, man wird nicht mit den nächst höheren, ähm, Rängen, Smash-Making-Gauner, als höher ist, das stimmt nicht, weil ich schon mal, äh, Ich weiß, du bist Tessin. So. Es ist gut, dass du nach Hause bist. Hallo. Knapp. So, Sprayfest vom Allerfeindsten. So, dann hoffen wir mal, dass nicht absolut scheiße wird, die Runde, aber Li Jiang geht eigentlich nur noch eine Weise. Das ist Genji ganz gut. So, wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, ist es der absolute Kanzler-Gamer hier. Zumindest die erste, die danach die Maps gehen. Es wird auf jeden Fall jetzt kein richtiges Pro-Gaming hier. Oh, das sollte auch meine erste Runde um Overwatch haben. Ich tue eigentlich nur ein bisschen Glück. Anstatt von lagern, wie gerade hier. Eigentlich sollte Shadowplay nicht wirklich viel beziehen, aber... ...in Shadowplay ist da so eine Sache. Oh, er wollte ja mich holen. So, ich bin so. Jörg. So. Der nervt mich. Der schottische Cowboy. McCree. Ja. Das passiert schon mal, wenn man einen mit seiner Gamer hat. Ich konnte sie nicht. Und die Fläche. Naja, was sonst. Ist ja egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Und ich muss so wenig Spiel brauchen, das ist, ich kann nicht auch scheiße. Okay, egal. Und die Fahrer, ich hasse Fahrer. Oh, dass ich den Weg nicht verlebt habe. Oh, der ist ein Neuer-Arte. Oh, der ist ein Neuer-Arte. Der ist ein Neuer-Arte. Das war jetzt noch ein Neuer-Arte. Oh, der ist ein Neuer-Arte. Oh, wie ist denn der Ultima-Defekt ist? Oh, da kann ich hier vielleicht übernehmen. Oh, Schiet. Hui! Oh, ich hab die Musik ganz gut gemacht. Was mache ich, wenn ich wieder gestorben bin? Ohne ist ein bisschen. Ja. Oh, sehr schön. Und auch unser Flashy. So, die Kontrolle. So. Ehehe. Winston ist der schlimmste Kontrolle in der Gegend. Und ne Pharah. Winston hat Pharah. Ich wollte mich wohl ärgern. Ja, jetzt. Warte mal. Oh. Schussmäßig. So, sehr schön. Ja, das lief doch! Wie viel? Oh! Wir haben Gold in Eliminationen. Wie man hier unten siegen kann. Das heißt, wir haben die meisten Kills im Team. Das ist ein Audio. Ne, wo Sieg es an? Wieso hatte ich da keine? Keine Ahnung, ich hatte diese lange Zeit aus. Ich weiß nicht genau, wo welche ist. So. Komm schon. Ja! Oh, da bleibt eine Decke. Das ist echt der Endgame. Was den Ball in den Kopf zu kriegen. Oh, scheiße. Ich spiele übrigens die Sprache auf Englisch, weil die deutsche Übersetzung einfach nur Krebs gibt. Und zwar auf höchster Stufe. 5, 4, 3, 2, 1. Ich weiß, es passt alles mit den FPS. Die werden jetzt zwar okay hier angezeigt, aber irgendwie fühlt sich das bisschen laggy an. Die Map hier ist ganz okay für den G's, aber hier kommen halt viele Leute mit Sprengstoffen mal an und das kann nervig sein. Und dann ist die erstmal aus der ein Widerschungsprobe. Wir haben keinen, der mich heilt. Aber wir haben jemanden, der wir umbringen können halt. Und endlich jemand mit Schaden, bei dem ich die flachen kann. Oh, ich bin jetzt nur das Objektiv. Ich habe ihn auch. Ich habe ihn auch. Ich habe ihn auch mit einer Passion. Oh man. Der spielt dann schon wirklich wenigstens. Und wir haben einen Mai. Der liegt recht gut. Aber ich dachte... Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Und wir haben einen Mai. Und tun was sie tun sollen. Da. Schon kommt es mit ihren beschissenen Jungsfass. So. Ich könnte seine Granaten zurück schubsen. Aber wenn ich die Fähigkeit nicht habe, habe ich keine Chance. Genauso beim Meck. Ja. Der hat mich überrascht. Aber er hat mich schon noch mal gesehen. Und das ist schön. Ich hasse es, wenn Leute einen einfach so random shoten. Und so. So. Läuft doch ganz gut für uns. Ich dreine zwar nicht mehr und habe meine Gold-Elimination verloren, aber... Für unser Team läuft es wenigstens gut. Ist ja alles, was wichtig ist. Ich lasse es mir vor. Kann ich den Junk-Red Nein, ich will nicht in deine Bären fallen. Das sind die Andere, sehr eklig. Ich sage es, ich werde dir bringen. Ich muss alles. Okay, ich mach euch raus. So. Wie wofür wenn du draußen stösst? Das ist es möglich. Au revoir! Das schlimmste, was du bei Genji machen kannst ist, wenn du mit der Röderung hast du angefangen mit dem Ausfügel-Torz fangkelt, weil du den du das erste Mal geschlagen hast verloren hast. Ich unterschätze immer die Reichweite vom Schwert und gehe das nur zu nahe ran, aber... Jetzt war ich ein bisschen zu spät. So, ich hab ihn aus dem E-Levelin. So, Fahrer. Oh, da ist kein Lebenspaket. Oh, scheiße. Oh, verdammt. Ich dachte, ich könnte um die Ecke dashen. Da, nach rechts. Also, hier. Top-Gameplay. Nein, das hätte ich die Flächen können. Mein Ultimate ist scharf! Feuer in die Haube! Mein Ultimate ist scharf! Ich gehe jetzt in die Flächen. Ich bin an dem Eifel vorbei. Genji ist nicht mehr gut. Affleck. Andererseits, ich bin auch ganz alleine mit dem Garant, also. Und ich bin froh, wenn wir verlieren. Dann krieg ich noch die letzte Map und die gehe ich als Genji. Die hier ist... Man muss halt reinlaufen in den vierkriegigen Raum und dann wird man... ...gestune-road. Scheiße. Na, aber wir kriegen die anscheinend nicht zu sehen. Ist hier irgendwo? Ich bin bereit für die Ziele. Okay, wir hatten ein paar ganz schöne Genji-Sie-Prässe. Hallo. Nein, ich fühl nicht gesehen. Ja, das wäre... So. Hurra! Der eine in dem Rundenraum. 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 Die eine in dem Rundenraum, wo wir alles geschnitzelt haben. Ja. Die Mercy. Die Soldier. Der Genji-Sie-Prässe. Aber wir hatten schon den Kill-Steam bei dem guten... ...Mek-Krö. 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 Und umziehen. Oh. Hat sogar sieben. Äh, wenn man... Also sieben... ...ist einer vom gegnerischen Team. Wenn man... ...zehn erreicht... ...wird's auch noch... Hurra! Beförderung! Oh! Und Stufe 2 gleich. Wirst du Legendary. Ähm... Das Geräte wird bisher nur... ...einmal, zweimal gesehen. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und ein paar drei erhalten. Sehr schön. So. Lief doch. Würde ich sagen... Wir haben zwei Lootboxen. 4 XP brauche ich für noch eine. Das schaffen wir in einem Spiel. Würde ich sagen... ...läuft grad so gut. Hängen wir noch ein Spiel ran. Und... ...wir sehen uns dann in der Runde. Je nachdem wie schnell es uns geht. Darf ich? Nein, doch nicht. Ich bin faul. So. Dorado. Sehr schön. Dorado. Ohoho. Dodo. 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 Dorado. Kann... Richtig furchtbar sein... ...oder, auch richtig schön. Die Verteidigung. Oh... ...ohh... …ohh... ...ohh... ...ohh... Ohnhä! Hih... ...chanchlovscherballk Umm unfortunately... Wir haben nicht genug Mercies. Typische Casual-Runde. Wir brauchen eigentlich nur drei, damit jeder geboostet werden kann. Wir haben drei. Das ist ja perfekt. Das wird schön. Oh, das wird nicht schön. Oh, es wird schön. Oh, es wird nicht schön. Oh, es wird schön. Es wird schön? Keine Ahnung. Könnte der Bastion bitte mal die... Danke. Jetzt. Oh. Mech, brö. Brö. Was ist da? Okay, wir nehmen einen Reinhardt, damit ich mich vor den Bastion stellen kann. Was machen die ganzen Mercies da vorne? Wie kriegen die das denn vor? Wie ist denn zu sterben und wagen auch noch ein bisschen aufzuhalten? Okay, kriegen sie mich. Wo ist unser Wäsch? Wie ist denn das? Wie ist das? Oh nein! Ich bin hier! Ja, hier sterbe ich. Außer? Ja. Dieser scheiß Lucio! Warte... Oh, sieht aus als wollten sie mehr Bastions. Du schaust in dem Game, siehst erstmal Leute Versies, dann siehst du Leute Bastions. Und der ist... Lauter Junkrates. Wir könnten sogar mit nem Reinhard jetzt noch gewinnen. Hätte ich nicht wechseln, seine Scheiße. Okay, never mind. Der nun ist zu high. Stopp! Ich steh mich mal vor mit den Bestchen, nicht den anderen, weil der hier besser im Blick hat. Nein! Oh, jetzt stelle ich mich vor dem anderen. Ich lebe von mir! Gameplayer ist Reinhard. Ich stelle mich vor den Bestchen. Dann vor dem. Dann whack ich... ...die hier. So. Gegen die Wand! Wand. Hier ist doch irgendjemand. Ich kann... Ich kann nicht schnell zu denen hochkommen, sonst schiebt ihr den Wagen. Ich zähle. Was ist denn? Yay, wir haben noch mehr Reinhard. Wir sind das ultimative Cancer Team. Nicht mal! Doch eigentlich schon. Junkrates und Bastions. Wohin geht der? Oh! Kluger Mensch! So. Der Reinhard hatte dieselbe Deppich. Der da hinten. Hm. Ich habe ein ganz riesiges Gefühl. Bei dem Genji. Oh. Ja. Zurecht. Der Genji steht da oben und cool. Ja. Der unsere... Der tötete unsere Leute. Ich schiebe mal seitlich neben dem Wäschchen, damit er was sieht. Das ist immer geschürzt. Da ist einer. Da muss auch was. Der nervt. Wir schubsen einen immer so minimal. Beste Ult. Kisten. Oh Sch**. Das ist hier ein Schild. Genji. Der tötet... Keine Mersis. Nein! Nein! Ich will keinen Ultim Genji. Ich will Heilung. Das sieht ziemlich angeschlagen aus. 212. Oh Scheiße. Ich brauche Heilung! Ich brauche Heilung! Danke! Andere sei es nicht wirklich, aber... Ah, ist okay! Wohin geht der? Der geht da oben noch. Schau dir der Seite an! Nein! Wo ist der denn? Der kriegt Heilung, oder? Jetzt ist... Apropos! Scheiße! Nein, Hansel, du bist ja höchst. So! Fünf Spiele, Ghostreaker als Reinhard. Nein, ich glaube, das höchste, was ich als Reinhard hatte, waren 17. 17, die waren sogar fürstlich. Soll ich mich dran erinnern. Böser Heaker! Oh, gut schön! Oh, sie haben eine Pharah. Sollen wir die Pharah mal mit einer Hund begrüßen? Ne, ich will sie jetzt nicht verschwenden. Oh, aber... Apropos verschwenden. So, tschüss, Lucio. Und tschüss, ich. Das kriegt man davon, wenn man die Pharah nicht hört. Wuuuh, ich liebe dich, Mützi! Und ich hasse alles. So. Ich will nicht schlafen. Schau dir den hier nicht. Warte mal, wer jetzt getarget hat. Jetzt schütze ich mal unseren Chunkberg ein bisschen. Und dann, ich mag neben was. Oh! Die Pharah macht den Bein, Schuss. Oh, und so. Oh! Wee die T-Bag nicht. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Oh shit Nein Oh shit Oh shit Wir haben einen Weg gefunden, um uns zu counteren Und unser Bestchen steht irgendwo Und schon allein, dass das Ganze so lange funktioniert hätte, ist mir das nicht Jetzt muss ich reinchargen oder? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Wir haben zwei Huls gecharged Oh, diese Mersi So So Nein, aber So Ich liebe diese Mersi Aber wir sehen uns, dass die Mersi ist Nervige Fahre Die der Junker ist sicher für mich gönnt Guck mal auf, wenn die alle hier wieder rein chargen Ja Aber wir sehen uns nicht Wenn das für mich und wieder da rein Guck mal auf, wenn ich mir mit dem Wagen schlibe. Ich bin derobe aus, wenn ich meine Ultimee verflinne Nimmst du doch ein paar Sekunden!? Wenn du das für mich Ich bin der Hey, du kannst mich nicht verhindern! Hm, da muss ich hoch. Da muss ich hoch und ultieren. Wie kann der verschissene Fahrer wirklich daran hindern? Okay, meine Reichweite ist nicht hoch. Wow, ich mag dieses Geräusch nicht. Ja, wir haben es geschafft! Mit fünf Mercies im Amphal hätte das gedacht... Ja, die... unsere Wester Seid. Nice gewesen. Sehr schön! Play of the Game! Natürlich bei Final Reaper, Gay of the Blame. Gay of the Blame! Gay of the Blame! Play of the Game natürlich. Da bin ich weggecharged. Sonst hätte ich mich auch noch nicht gelegt. Und ich wollte ihn eigentlich erwischen, das wäre nice gewesen. Kann ich alles haben? Äh... Oh, wir haben eine Karte! Aber ich wollte für die Mercy. 38% des Team-Schadens gehalten und so oft gerastet. Aber das haben sehr viele Leute gelieft. Leider kriegt sie nichts. Hurra! Ipi! Stufe 3! Ja! Endlich kein Frischling mehr! Wir verlassen dieses Match, um unsere drei Lootboxen zu öffnen und unseren Krebs zu holen. Oder vielleicht noch keinen Krebs, je nachdem... Genji-Skin. Das wäre jetzt... ... ein Legendary beim... Oh, oh, shit! Da hoffen wir, man kriegt einen guten Legendary, der kriegt man so... Iiiiih... Der Spray ist witzig und gleichzeitig makaber. So, weiter. Ah, pink ist Genji! Nein! Das war ein Highlight-Intro. Ah, wui! Äh... Okay. Spieler-Icon, paar Sprays. Der ist eigentlich ganz nice, aber ich mag den Pixel-Reinheit lieber, den ich habe. Und einen Genji-Skin in der Folge. Ah, ein lustiges Fashion-Profile-Icon. So. Yo, Mercy! Barbaric. Ja. Finde ich auch, dass ich den nicht krieg. Richtig barbaric. So, dann würde ich sagen, dann war's von dieser Runde Overwatch Sees. Das hab ich mir denn nicht angeschaut, von D.Va-Was, oder? Oh, die ganzen Sprüche sind so... Ich behalte den... Skin... Skin? Spray. So, ja, dann würde ich sagen... Biso? Naja, egal. Muss ich mit, ähm, meinem armen Legendary-Skin weiterleben und... kurz zu dem... Taya-Skin... Mh. 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 Arctis ist definitiv nicer. Achja, und zum Abschluss noch... In Russland. Game plays you. In der Tat. Und... Nachdem dieses Spiel uns heute gespielt hat, würde ich sagen, war's es auch. Bis dahin. in der Tat. Um angestrebot, Repeat. Will...